Liebe Kunden, liebe Partner, ein ereignisreiches und herausforderndes Geschäftsjahr liegt hinter uns allen. Ein Jahr voller neuer Herausforderungen auch für den Bereich der Logistik. Durch steigende Bestellzahlen, beispielsweise im Bereich des E-Commerce, fühlte sich der Frühling bereits an wie das Weihnachtsgeschäft. Auch das Büroleben hat sich für uns alle radikal gewandelt. So gab es nicht nur außergewöhnlich private Einblicke während des Arbeitsalltags, ungewohnte, aber auch zugleich flexible Büroräumlichkeiten, sondern auch bisher ungeahnte, schwierige Arbeitsbedingungen. Für die anstehende Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten DIVIS-Teams. Frohe Festtage! Wir freuen uns schon jetzt auf ein erfolgreiches und gemeinsames Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und vor allem frohe Weihnachten!